Sieh jetzt die ersten sechs Minuten aus. Godzilla vs. Kong. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wenn er sie verlässt, wird Godzilla Jagd auf ihn machen. Es kann nicht zwei Alpha-Titan geben. Die Theorie einer uralten Rivalität stammt aus der Evi-Mythologie. Er ist mit der Zeit zu groß geworden. Dieser Lebensraum reicht nicht mehr aus, er ist zu instabil. Hey. Ihn rauszulassen, wäre sein Todesurteil. Sie denken, der Kind kann nicht selbst auf sich aufpassen? Es muss einen anderen Weg geben. Den Ursprung dieser Kreaturen zu finden, ist ausschlaggebend für das Überleben der Menschheit. Das Erdinnere besteht aus riesigen Kammern und Lufteinschlüssen, die durch natürliche Wege miteinander verbunden sind. Der Admiral beginnt seine Expedition. Er sucht den Eingang zu einer verborgenen Welt. Der Zweck ist die Entdeckung und die Freigabe der unbekannten Schätze der Antarktis an die Welt. Zum Wohne der gesamten Menschheit. Die Mitglieder der verschollenen Gruppe wurden nie wieder gesehen. Die Umstände des Verschwindens sind nach wie vor ungeklärt. Dort draußen gibt es ein Ökosystem jenseits unserer Vorstellungen. Und der Ort, an dem man es findet, ist diese Insel. Da. Da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020